Ja, hi und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ähm, mein Freund hat mich mal gefragt, ob ich mal, ähm, ein Video machen könnte, wo ich, ähm, mal eine neue Welt einlege. Und ja, ich hab gesagt, ja, das kann ich machen und, ähm, ja. Aber, ich zeig euch erstmal, in dieser Welt hab ich ein Bett gecraftet. Da, 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 da. Das war jetzt einfach auf eigene Forst in der Welt, hab ich mal erstellt. Ähm, jedenfalls mach ich jetzt eine neue Welt an. Ähm. Welt, Minecraft, geil oder so einfach. Überleben, okay. Neue Welt erstellen. Ähm. Okay. Oh ja, der leckt immer. Manchmal tut er was, wenn... So, jetzt leckt es nicht mehr. Ähm. Jedenfalls ist das echt hier eine geile Welt. Ähm. Jedenfalls sollten wir uns vielleicht erstmal einen Unterschlupf, ähm, machen. Da verbrauchen wir jetzt aber mal Holz. Oh, hier gibt es kein Holz. Doch. Düssel. Düssel. Ich hacke hier einfach das Holz jetzt ab. Ich crafte mir gleich eine Holzspitzhacke erstmal. Also erstmal eine Holzspitzhacke. Und dann irgendwann eine Steinsspitzhacke. Und dann irgendwann eine Steinsspitzhacke. Und dann irgendwann eine Steinsspitzhacke. Oh, was hab ich da gerade gekriegt? Kakaobohnen. LOL. Wusste ich noch gar nicht, dass es die gibt. LOL. Jedenfalls. LOL, LOL, LOL. Nein, das ist nicht LOL, aber... Oder doch, mache ich mir gleich eine Steinsspitzhacke, damit ich erstmal was abgraben hier kann. Hä, wo... Oh, da ist Kohle, Kohle, Kohle. Nein. Mach ich hier, warte. Ey, da kriege ich hier... Wo ist denn jetzt Stein? Na, egal. Ähm... Erstmal muss ich mir jedenfalls eine Werkbank as-craften. Hallo? Hallo? Schläft der irgendwie? Ach so! Natürlich! Ich brauche erst Tropen als Bretter. So, und damit... Tat-da-da-da-da! Und wir haben eine Werkbank. Stellen wir die erstmal hier auf freie Pläne irgendwo. Irgendwo hier. Ähm... Und... Craften und... Quatsch! Ich brauche hier wieder... Tropenholz-Brettter, so... Und... Quatsch! Und dann crafte ich mir auch gleich schon ein Schwert. So. Holzschaufel, XD, ja, so, jetzt, so, ähm, jetzt haben wir erstmal, oh, sehr schön, da hinten ist ja, was war das gerade? Na ja, das war nichts, da hinten ist eine Sandinsel, lol, ähm, da können wir uns erstmal, ah, Hilfe, nicht rum, wir werden jetzt erstmal paar, ähm, Monster und so, äh, killen gehen. Ähm, da baue ich mir noch ein Schwert dafür. So, ähm, dann kommt da runter ein Staub und Finish. Boah, die Erde brauchen wir nicht. So, ähm, So, wir gucken jetzt erstmal. Oh, da hinten. Ein Bett brauche ich auch, fällt mir gerade ein. Töte ich doch einfach mal ein paar, äh. Oh, scheiße, die halten sich da auf. Ui, da ist auch Kohle. Eine Kohlewelt. Aber wo mein eigentliches Haus... Oh, jung. Wo mein eigentliches Haus steht... Oh. Scheiße. Oh, gestorben. Hab ich gerade... Da liegt es ja noch, die Wolle. Weil die Wolle brauche ich ja für mein süßes Bett. So, jetzt muss ich noch zwei andere Schäfchen töten. Weil ich brauch drei Woll... Äh, Dinger. Tod. Hä? Wo ist jetzt? Ich glaube, ich hab's eingesammelt. Ja, zwei Wolle. Eins, zwei, ja. Hab ich's eingesammelt? Ja, lol. Ich hab gerade einen Frosch im Hals. XD. So geht's, äh, jetzt geht's auch schon wieder besser. Ähm, jetzt crafte ich, äh, ein Bett. Und, wie gesagt, das geht ganz einfach. Werkbank, Wolle. Aha, aha, aha. Ist es geil, ist es geil. Hä? 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 Kommt vielleicht zuerst die Wolle? Ja, und schon haben wir ein Bett. Das bauen wir uns hier auch irgendwo hin. Das Haus brauche ich nachher. Erst brauchen wir ein Bett. Halt die wichtigen Dinge. Äh, da rein. Da rein. So. Nein, das schlage ich nicht. So, jetzt baue ich mir hier irgendwo. Wer interessiert, da in das Bett hin. Da, 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 da. Du kannst nur Nacht schlafen. Ja, logisch. Logo. Ähm. Gibt es hier nicht noch mehr Monster? Muss es doch hier geben. Das gibt es doch gar nicht. Ich hab noch kein einziges Monster gesehen. Achso, die kommen ja erst nachts. Egal. Weil, geh ich trotzdem auf Monster suche. So, ähm. Äh. So. Da. So. Ui. Au. Ah. Woll ich. Vielleicht auf der anderen Seite verstecken sich. Wenn da, noch eine andere Seite. Ähm. Ja, hier gibt es. Ui. Loll. Huh. Das war gerade geil. Das war mal erst so blaues. Puh. Und dann. Ja, das hat sich eben erst gerade noch aufgebaut. Ähm. Geil. Was ist da oben? Na, ich geh mal nach oben. Da kann man jetzt gut hochgehen. Weil die hier eine Treppe ist. Sozusagen eine Treppe, kann man sagen. Wie komme ich jetzt da hoch? Na ja, ich komme da gar nicht hoch. Na ja, ähm. Ist auch egal. Da verstecken sich vielleicht manche Monster, die ich jetzt killen will. Aua, 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 aua. War das gerade ein Monster oder war das? Oh, ich höre sie gerade stöhnen. Ähm. Die Monster, die Slimes und, äh. Da hinten ist ein Creeper. Seht ihr den? Da oben auf der Insel steht er. Ganz dumm rum. Und explodiert gar nicht. La 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 la. Hallo Creeper. Hallo Creeper. Oh Mann, oh. Kack. So, jetzt gehe ich wieder zu meinem Bett. Und, ganz einfach. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde einfach mal schlafen. Hui. Und ich. Und es ist ein, äh, Tag. Es ist Tag, es ist Tag. Juhu. Ich freue mich ja so. Jetzt kann ich aber keine Monster killen. Oh, ich brauche langsam mal was zu fressen. Ähm. Gehen wir mal da eine Gans killen. Hallo Gansi. 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 Habe ich dafür was gekriegt? Juhu. Rohes Hühnchen. Lecker Schmecker. Ich will aber mein, äh, mal, äh. Ich will mal, äh, Stein kriegen. Weil ich brauche ja auch mal einen Ofen. Und den muss ich mir dann auch. Ich muss mir ja alles. Ich bin ja im Überlebensmodus und da muss man sich alles craften. Düh. Tot. Und noch einmal. Ey, komm her. Wie. Wundervoll. Habe ich die Wolle gekriegt? Oh, toll, ne? Wo ist denn jetzt die Wolle? Wolle, Wolle, Wolle. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich brauche aber langsam mal was zu fressen. Ich habe jetzt einmal rohes Hühnchen. Mache ich nochmal. Das gleiche Spielchen. Ähm, dumm, 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 dumm. Wie. Ui, drei Hühnchen sogar? Wundervoll. So lässt es sich leben. Vielleicht kann ich was fressen. La 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 la. Ich fress jetzt mal kurz was. La la la. Ui, lecker. Oh, jetzt habe ich nichts mehr zu fressen. Ich brauche aber noch mehr zu fressen. Ich weiß, was diese grünen Blasen bedeuten. Irgendwie übel oder so. Aber trotzdem, mir geht es gut. Mir hat es noch nie besser gegangen. La la. Hä? Oh, Jung. Treibt mich nicht zum Wahnsinn. Oder Mädchen. Keine Ahnung, was das ist. Ja. Juhu. Jung hört sich aber cooler an. Oh, Jung. Jung. Lol. Ui, was ist da? Eine Spinny. Ein Spinny, eine Spinny. Das habe ich mich schon immer gefragt, was das ist. Aber das scheint ein Spinny, Spinny zu sein. Ui. Jupa. Ui, das ist eine Tinten... Das ist eine... Ein Tintenfisch. Ja, das ist ein Tintenfisch. Ein Tintenfisch. Ah, ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Oh, Mann, oh. Na. So schnell kann ich die nicht töten. Naja, egal. Jedenfalls ist das... Lol. Ich glaube, mehr ein bisschen... Kohle ab. Ja, genau. Kohle. Da ist doch wunderschöne Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Jetzt habe ich noch keine Kohle gekriegt. Nein, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt erst Kies. Ach so, ja, stimmt. Ich brauche, ähm... Für einen Ofen brauche ich... Kies. Deswegen sind da auch die kleinen Löcher drin. Weil das Kies ist. Ich habe mich vertan. Wui, trotzdem. Da ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. 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 Nein. Das war Feuerstein. Na ja. Egal. Ähm. Craftmast. Wir müssen erstmal einen schön 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 schön. Nö. Oven. Ich verabschiede mich auch gleich schon. Hä? Ach so, ich brauche Stein, 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 Stein. Nein. stein 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 um ich verabschiede mich auch schon langsam wir sehen uns im nächsten dort von dieser welt die irgendwie blöd ist nein die ist nicht blöd die ist naja ein bisschen blöd ist sie schon jedenfalls sehen wir uns im nächsten part dann wieder von dieser welt wie gesagt und ich sage tschau bis zum nächsten mal euer disco 100 pogo